Hallo Schatzi. Ja, ja, ich arbeite. Du Probleme haben, was für Probleme? Bade Saison anfangen, du zu nehmen. Aha. Und warum bei mir anrufen? Warum bei mir anrufen? Nicht ganz im Winter sagen, Schatzi, nicht so viel essen. Ganz im Winter. Und du bei mir alles zählen, was ich gegessen habe. Diese, meine Probleme, nicht deine. Warum jetzt bei mir anrufen? Du hast gesagt, deine Probleme, diese. Was du machen jetzt? Keine Ahnung. Mach, was du willst. Abnehmen. Diese nicht schaffen. Zu wenig Zeit, Schatz. Diese Saison schon anfangen und du musst dann 30 Kilo am Tag abnehmen. Keine Ahnung, du sagen vielleicht, du schwanger. Alle glauben bei dir. Oder vielleicht Schilddrüse kaputt. Heute diese Frauen so bald zunehmen, fragen, warum so zugenommen, sagen Schilddrüse kaputt. Und Abendessen um 12 Uhr. Du auch so lügen. Vielleicht jemand glauben. Diese sind deine Probleme. Bitte nichts wegen sowas mehr bei mir anrufen.